So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Folge Nummer 5, glaube ich. Oh, schon. Ja, wir haben eigentlich erst drei Folgen ausgenommen, aber ich habe ja die zwei Weihnachts-Specials noch gemacht damals. Ach, schweißt du, wo es geschneit hat? Das fand ich so geil. Ja, ich gucke, ich fliege ja schon über den Flughafen, weil ich lande mal auf der 12L. Auf der 12L? Du kannst ja auf der 12R landen, dann, weißt du. Oder ich lande hinter dir. Ach, ich bin schon wieder in der Luft. Ich habe so viel verkackt, die Landung. Ja, lande einfach. Das Ding brauche ich ja gerade mal 10 Meter zum Starten. Uah, Turbolinzen. Torso-Linzen. Ha! So, mach's mal. Vorsichtig, vorsichtig, vorsichtig. Vorsichtig. Wie im FSX. Ja, das war noch ein bisschen cooler. So, und jetzt, warte, ich rolle noch ein bisschen zurück. Bleib stehen. Kann ich noch? Ja, ne? Ja, noch einen guten Meter. Weiter, 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 weiter. Oh. Jetzt müssen wir noch ein paar Zeit, die wir doch einmal bereit sind. 3, 2, 1, Vollgas mit, äh, starten mit Tailstrike, oder? Okay. Oder Max Alpha. Ähm. Ach, starten wir einfach nochmal. Ja, okay. Okay, 3, 2, 1. Gib Gumi, Alter. Gib Gumi. Das war schon mal ein guter Start. Oh. Komm, weiter, Parallelflug, das schaffen wir. Ja, wo bist du? Ich müsste, ah, da bist du. Da, seh dich. Ich kriege doch einfach, wo wir in diesen hier sind. Flieg du ganz normal. Ich hole dich ein, weil ich bin, oh, ich flieg unter der Brücke durch. Ich auch. Ich muss mal im Online auch die Brücken sammeln. Weiß ich nicht, glaub nicht, nee. Was machst du denn da? Mein Seitenruder, mein Höhenruder ist im Arsch. Oh, Strömungsabriss. Oh, Strömungsabriss. Bist du sicher, dass das gut geht? Ich flieg einfach hinter dir her. Ah, do it. Oh, nein, die Brücke schaffe ich nicht unter drinnen. Boah, das war knapp. Oh, oh. Oh, fuck. Hast du es geschafft? Ja. Hier hast du landet. Boah, es wäre sau nice, wenn man so ein Gebäude schaffen würde, zu landen. Lass mal ausprobieren. Mal auf. Ich suche mich mal drauf. Ich mach's da oben auf dem höchsten von San Andreas. Ich mach's auf dem einen drunter. Boah, das ist nicht leicht. Das dürfte aber eigentlich funktionieren. Wenn man doch so nach oben fliegt. Nein, 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 Strömungsabriss. Komm, komm. Ah, scheiße. Ich glaub, ich lande auf der IAA. Auf der IAA? IAA. Ich will auf der Bank landen. Ach, da sind Fensterputzer, Dinger. Nee, das klappt irgendwie nicht. Ja, wenn ich nach oben fliege, krieg ich ein Strömungsabriss. Boah, jetzt könnte es klappen. Nein, auch nicht. Da ist ein Helikopter, gell? Ja. Oh, oh. Nee, ich bin drüber. Der fuckt mich ein bisschen ab. Hallo. Hast du es geschafft? Nee. Nee. FIB. Nee, danke. Alter, der kackt sofort ab. Ich muss mal von Weitem anfliegen. Aber ich glaub, das schaff ich nicht. Das ist ein bisschen zu kurz. Hochziehen. Oh, ich hab das Ding geschliffen. Die Artenne. Das qualmt mein rechter Flügel. Aber ich hab ein perfektes Gebäude gefunden. Das ist zwar sehr schmal, dafür aber sehr lang. Jetzt, komm, komm. Ah, aufgesetzt. Nein. Nein. Ich hab Flügel verloren. Noch schnell raus, bevor es explodiert. Du bist dort. Warte, wo bist du? Ich flieg dich zum Flughafen. Ich brauch sowieso ein neues Flugzeug. Ich müsste, aber ich bin unten auf der Straße. Straße, Straße. Ach, da bist du. Und direkt bis bei Ruffern. Ja, zwischen den Häusern. Toll. Ja, Land. Hast du das so bei mir gekriegt? Aufs Land hier irgendwo. Wo bist du? In dem Auto. Huah! Ja, in dem Auto. Nein! Ich glaub, ich fahr dich zum Flughafen. Scheiße. Ah, nee. Ah, nee. Ah, nee. Jetzt dein Kopfkirr weg. Ach, nee, dein Kopfkirr weg. Ach, hab dich. Du bist da unten, oder? Ja. Warte, ich komm runter. Ja. Das sieht so geil aus. Mal ein Schlückchen Wasser trinken. Fuck. Mir ist Wasser über die Tastatur gelaufen. Hörst du mich noch? Ja. Ich hab die Aussehen gerade getötet. Das heißt, außer sehen, du hast 3000 Kopfgeld. Mir ist gerade nämlich Wasser über die Tastatur gelaufen. Echt, das ist schlau. Egal, die kommt eh bald raus. So. Brauchen wir ein Auto. Ich hab ein Auto. Weißt du was? Ich hol mir einfach ein Taxi. Du kannst nicht überspringen, gell? Online. Komm. Dann lass mal beide gleichzeitig ein Taxi so mal sehen, wie die sich behindern. Ne, ich würd sagen, du steckst ein und wir fahren zum Flughafen. Könntest du mir noch markieren auf der Karte? Ja. Fahr, fahr. Ganz ruhig, Frau. Oh, ha. Siehst du die Markierung? Ja, ich hab auch zwei Sterne. Ich hab meine eigene gesetzt. Ach. Ich bin fast tot. Dum, 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 dum. Jubidu. Parkplatz mitgenommen. Äh. Uh, nettes Auto. Egal. die musik passt einfach geradeaus meine markierung ist ja nicht geradeaus ja die ist auch falsch gesetzt die hast du leicht entfernt gesetzt parking hier geht's zum parking rechts rechts ich wurde gedreht du hast die eigenen gedreht kann aus kann aus kann aus kann aus kann aus ja jetzt allerdings gemüsst haben wir hier links runter genau wissen schlag ist es klappt nicht ich erwarte eine rampe kommt aber keine laufen jetzt haben wir komplett falsch wo lang geradeaus 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 drehen jetzt rechts rechts genau da kommt schon wieder polizei der mother fucker rechts runter rechts runter da doch nicht ich war über den reingang wie wir immer reingehen da muss ich noch ein bisschen jetzt geht es rechts runter glaub doch fahr vor wir laufen durch wir fahren durch wenn die mich jetzt rammt bitte nach neben oben du bist so ein Held klappt doch ich habe einen Fallschirm wir könnten uns irgendwo unterstürzen da sind Hubschrauber oder jedenfalls jetzt da ein Schatten ja aber es ist kein polizei Hubschrauber Hubschrauber oder wieder Flugzeug Flugzeug ne ich will Hubschrauber ach was machen wir mal schauen wir wenn meiner gerade fliegt dann ja nein meiner fliegt nach hinten ich gebe einfach nur Gas sieht toll aus ich kann nicht nach vorne fliegen ich kann nicht nach vorne fliegen boah China-Technik also ich fliege mal zu den Flugzeugen muss ich es halt im Rückwärtsgang probieren ja ich hole mir jetzt ein Flugzeug ach man jetzt bin ich aus meinem Hubschrauber rausgesprungen um zu erkennen dass da gar keine Flugzeuge sind ach jetzt klappt doch ja ich gleite mein Hubschrauber macht schon Geräusche ich will nicht mehr und verkackt ich steig mal aus ich dachte schon das Ding landet auf mir schick oder ah nichts wo läufst du hin ich will hier zum Frack ach schade kann man nicht rein wieso sind hier keine hey was denn komm runter ok war genauso geklappt wie bist du gelandet alter ein bisschen mit Rückenlage ein bisschen so ich möchte mal kurz dein Auto lösen Fräulein danke schade dass es die großen Flugzeuge hier nicht gibt jo schade die Schranke geht hoch aber das Stopping geht nicht weg nee muss ich wieder auf die andere Seite fahren ach man eins zwei drei drei was ist das ach auch nicht rein ich hab da irgendein Auto ich glaub ich hab da eine Hebebühne grad gefunden ach ich bin bei der Flugschule ah nee ist zwar eine Hebebühne aber die kann man nicht fahren ey die Flugschule ist gut da kann man nämlich auch rein oh kann man hier eigentlich auch einen Flugführerschein machen nee nee schade also online nicht mehr ja ich weiß ähm ich geh mal gucken ob jetzt Flugzeuge nehm ich mit was macht der da Christmas schschi der ist ja dicke hast du schon mal Todesangst verspürt was habe ich gespielt Todesangst verspürt das war jetzt nicht so spektakulär wie es eigentlich sein sollte keine Flugzeuge ein Flugzeug ein Flugzeug die Töchter du hast ein Fallschirm ich fliege dann schriftlich schmeißen wir dich dann raus ich hab auch hier wirklich ein Fallschirm auch manchen Menschen auf die Tragfläche hängen das Problem ist steckt man hinten auf es gibt nur wenn es voll ist guck mal wenn ich jetzt aufsteigen die Tür warte nein die Tür soll zu gehen pass auf oh das war ja dann fahr mal oh oh was hä ich bin nach vorne runter gefallen scheiße in den Rotor ach ich bin ja draußen willst du mal auf dem Parkdeck landen ja gut dann komm fahr ich da hoch weil ich bin hier bei dem Parkhaus boah das war knapp Multi Level 1 gehts gleich links ein so ein hässliches Betonparkhaus auf welcher Seite vom Parkhaus auf welcher Seite vom Parkhaus bist du rechts auf welcher Seite vom Parkhaus bist du rechts ja ich fahr nach ganz oben dann hast du es ein bisschen leichter nochmal neu oh 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 nein ich hätte früher landen sollen ich hab noch gespürt dass alles vibriert hat ich hab ein cooles Auto gefunden Respekt ich höre eine Armanlage ja das wird dann wohl die von dem Auto sein ach 3.000 Kaufgeld ich will jetzt abfahren du willst ein Flugzeug ich chill auf dem Dach ich brauch ein Auto um rein zu kommen ah da ist eins Geländewagen wie parkt der denn ich hab ein Barvado Grundle warte oh jetzt sitzt ein Kratzer und ab und ganz oben oh hier ist eine Rampe schau mal in die Richtung der Stadt wo die Rampe ist warte ich fahr mal kurz ein bisschen drauf ja was ist da ich komm da gleich warte guck mal ich bin da oben auf der Rampe ich lass mal meine Vorderreifen überhängen chill da guck mal mich an ich chill hier oben ich seh nur in den Schatten ein Gebäude nein oh bei der Landung hab ich jemand getroffen ey wie geil das aussieht meine Vorderreifen hängen über ach hier ist noch das Flugzeug ohne Flügel man kann ja das Gewicht verteilen ach ne ich kann mich nicht nach vorne in der Abgrund stützen alter der Ball hat mit einem Maschinengewehr gleich auf mich drauf tja man sollte sich nicht mit den falschen Leuten anlegen so packen wir mal so Hubschrauber aufh 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 cool aufh aufh aufh